Startposition. Schlägerkopf nach oben und die Füße zeigen zum Netz. Split-Step. Springe hoch kurz bevor der Gegner schlägt. Lande auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages. Füße schulterbreit auseinander. Rechter Fuß seitlich leicht nach hinten. Beuge die Knie. Treffpunkt. Vorhand aus offener Fußstellung. Rechter Fuß seitlich hinter dem linken. Füße zeigen schräg nach vorne. Oberkörper frontal zum Netz. Endposition. Das Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Oberkörper dreht weit nach hinten. Rechter Fuß seitlich hinter dem linken. Training. Spielsaufgabe. Spiele abwechselnd Cross und Longline. Triffst du hintereinander Cross und Longline das Feld, mach das einen Punkt und Ziel sind 5 Punkte. Dann geht's weiter.